So, ja, da unten rechts ist mein Bild, eine kleine Trizeps-Pose. Ich habe einen Sportkanal mit über 17.000 Abonnenten und über 8 Millionen Views bis jetzt, namens Akko The Persian Killer. Wie gesagt, dort geht es um Muskelaufbau, Kraftsport und auch Drohnen-Videos und einmal meinen Gaming-Kanal Akko Power Let's Play. Okay, ja, beide Kanäle könnt ihr kostenlos abonnieren und unten, hier unten, könnt ihr mein Facebook lesen. Akko Platz lassen, Akko Platz lassen, Armani. Alles klar, viel Spaß beim Video. Ja, Leute, und zwar den richtigen Umgang mit meinem Kanal hier, Akko Power Let's Play. Schaut bitte die Playlists an, ja. Man kann ja gucken auf dem Kanal, da gibt es verschiedene Playlists. Eine Playlist von mir heißt, Win a 100% Lost Battle. Das heißt, gewinne ein eigentlich hundertprozentig verlorenes Spiel. Und das ist das beste Beispiel, was ich schon seit Monaten hier auf meinem Kanal versuche, sozusagen den Leuten beizubringen. Das heißt Teamwork. Ja, also am Anfang des Spiels wird sehr hart rumgebottet. Hier sind mehrere Panzer, die irgendwo da hinten rumcampen werden, AFK-Bot. Und wir werden hier in der Mitte die Heavy-Linie komplett verlieren. Und dann werden ganz am Ende drei Leute cappen und einer wird sich opfern, um den Cap zu retten. Aber dazu später mehr. Zieht euch das bis zur letzten Sekunde rein. Es wird auf jeden Fall super spannend. Erstmal ein Kunstschuss à la Akko T49er. Den Bulldog aus voller Fahrt erwischt. Ja, also die letzten, die letzten, ja, 60 Sekunden des Spiels werden interessant. Wie gesagt, am Anfang, wir werden, guck mal bitte da hinten unseren Oho, rechts unten auf der Minimap. Oho und T34er sind auf der Minimap ganz hinten da irgendwo am Campen. Und wir verlieren in der Mitte die Heavy-Linie. Das wird auch ein ziemlich kurzes Gefecht übrigens. Hier, äh, Badget, 12-Tonner, Oho und T34er. Ich meine, okay, Badget würde ich ja noch irgendwo verstehen, aber die zwei Heavis, die müssten eigentlich da vorne ihre Arbeit machen. Stattdessen chillt der mit seinem Oho hier hinten. Ja, der Gegner hat zweimal Tiger 2. Wahrscheinlich hatte unser Oho Angst, sich gegen die anzulegen. Da schreibt schon Badget Noob Oho. Unten links könnt ihr es lesen. Drei, siebenundvierzig. Drei, siebenundvierzig. So, links sehe ich, äh, Harry Potter, da der gegnerische Ruh, der macht unseren Spielern das Leben zur Hölle. Und da werde ich den jetzt mal schön rammen. Für 313. Nochmal 796. Allein das Ding hat mir über 1100 Damage eingebracht. Einmal rammen für 300, Pazak Pätschle und dann nochmal 800 mit dem Schuss selbst. 8 zu 4, das Spiel scheint hier schon zu, äh, 9 zu 4. Ja, 9 zu 4 eigentlich wäre das Spiel jetzt schon verloren. Hier ist der gegnerische Skoda. Den ich hier rausnehme, kassier mir da hinten noch einen Schuss von der E6. Und jetzt achtet mal darauf, drei Leute gehen in den Cap. Das ist die einzige Möglichkeit, die wir noch haben. Ich mach jetzt mal die freie Kamera. Nehme hier die Artie raus. Der ist schon da drin. Ich geh auch noch rein. Ja, wir sind jetzt drei Mann im Cap. Jetzt der AMX 1390 achtet mal da oben drauf. Der hier. Der macht alles richtig, weil es nützt nichts, wenn vier Leute in den Cap fahren. Es können maximal drei Leute cappen. Und guck mal, wie schnell das geht, weil wir zu dritt im Cap sind. Der stürzt sich auf den drauf. Nimmt den raus. Da ist noch einer. Und hier kommt eine Lorraine. Wir sind schon bei über 80. Guck mal, wie schnell wir cappen. 84, 87. Achtung, Lorraine kommt. 98, 99. Durchgecappt und zack. Lorraine rausgenommen. 100 Prozent. Ja, einen absoluten Rückstand noch aufgeholt und durchgecappt. Das Ding gewonnen. Wir sehen uns bei den Stats. Ja, Gefechtsergebnisse. 3100 Schaden, vier Kills. Und ja, am Ende nochmal alles richtig gemacht. Der 1390 war das, glaube ich. Der ist auf die Leute draufgegangen. Und hat uns sozusagen den Cap gerettet. Das meine ich so, ne. Auf Damage und auf alles verzichten, um seinem Team zu helfen. Das Ding hätten wir normalerweise verloren. Und drei Leute haben sich in den Cap gestellt. Der eine hat sich in den Tod gestürzt fast. Hat den einen aufgehalten. Somit haben wir ein Spiel, was wir eigentlich hätten verlieren müssen, gewonnen. Ja, vielen Dank fürs Zugucken. Abonniert den Channel. Bis dahin.